Morgen ist der Wiese beim GOB wieder. Gute Sachen müssen nicht immer viel kosten. Die Wenigsten möchten auf die Fasnacht verzichten. Auf die Fasnachtsküchli von GOB erst recht nicht. Die Vorfreude schliesse ich immer noch etwas vom Schönsten. Und auf das freut sich das Büssi. Alle Cha-Cha-Cha Premium sind morgen bei GOB zum Aktionspreis für 65 Kronen erhältlich. Also bis morgen im GOB.